Aber eine Frage hätte ich noch hier an Sie zum Abschluss. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Sie, gegen Ihren Kabinettschef, gegen Ihren Finanzminister, gegen zwei ehemalige ÖVP-Finanzminister, gegen einen ehemaligen ÖVP-Justizminister, gegen Ihre frühere Stellvertreterin als ÖVP-Chef und gegen den ÖVP-nahen Chef der Verstaatlichten Holding. Nach diesem Maßstab müssten Sie da jetzt nicht selber zum Bundespräsidenten geben und Ihren Rücktritt einrechnen. So weit weg und lange her, ich erinnere mich nicht mehr. Waren da Lichter an dem Baum oder war es nur ein Traum? Uh, wir haben viel gelacht, so viel Sterne in der Nacht. Turalu, ralu, ralu, ich mach Bubu, was machst du? Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend.